Heute sprechen wir über die besten Wärmepumpendrückner. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Wärmepumpendrückner. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das 60-60-85 cm große Gartget arbeitet mit Leistungskurs A plus zusammen und ist auch eine schlanke 177 kWh im Jahr. Ein ausgezeichneter Wert. Das Gartget ist zusätzlich wesentlich viel teurer als die Konkurrenten, sodass der zusätzliche Aufwand ist nur vorteilhaft, wenn sie beginnen 4-5-Austrocknung-Verfahren pro Woche. Oder der höhere Preis im Gegensatz zu den weniger teuren A plus plusse wie A plus Wettbewerber werden nach einigen Jahren nur noch für sich selbst ausgeben. Das AEG-Werkzeug funktioniert wirklich präziser und auch geräuschlos gesamt 65 dB und hat auch eine große Trommel mit einer Leistung von 8 kg. Die Trommel sorgte ebenso für faltenfreies sowie mildes Auszocknen. Als Wahl für den Sammelbehälter kann auch ein Auspuffrohr nach außen gestellt werden, um sicherzustellen, dass die nasse Luft geradewegs abläuft und auch kein Wasser gesammelt werden muss. Nummer 4 Im Gegensatz zu den Wettbewerbern gab es in der Prüfungsdauer eine überdurchschnittliche Anzahl von Kundenlösungsinstanzen, die vor allem noch schrecklicher behandelt wurden als Durch den unzureichenden Umgang der Kunden mit den Problemen von Bauknecht wurde das Werkzeug stark vermindert, konnte aber aufgrund der, wenn es einwandfrei funktionierenden, großen Spezifikationen für ein hervorragendes Tarifgerüst in der Spitze 5 positionieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 Er begeisterte mit einem reduzierten Mengengrad von nur 65 dB sowie der wirklich reduzierten Leistungsaufnahme von nur 158 kWh pro Jahr. Vor allem, wenn Sie das Waschen in der Luft zusätzlich teilweise vollständig auf einem austrocknenden Regal trocknen. Der Wäschedruckner hat 8 Programme, um sicherzustellen, dass jeder Bedarf abgedeckt werden kann, sowie zusätzlich über Trommelleuchten und auch digitale Nässe-Dimension mittels Sensoreinheit, um sicherzustellen, dass genau das etablierte Ergebnis konstant erreicht wird. Bei hohen Losen ist der Austrocknungsgrad in der Regel ein Grad feuchter als gewählt. Die Tester mussten in einigen Fällen die zusätzliche völlig trockene Wahl wählen, um Garderobendrücken gedünnte Wäsche zu erhalten. Nummer 2 Das Busch-Gardkit ähnelt praktisch dem Siemens X700. In Bezug auf die Kosten, beide Gardgis sind auf dem gleichen Niveau. Der WTW 86271 konnte die Tester zusätzlich überzeugen, da er bei 64 dB extrem geräuschlos läuft, eine hohe Trocknungseffizienz liefert und auch den Kondensator selbst reinigt. Das Gardgit fasst 8 kg Waschen und auch der Stromverbrauch beträgt 233 kWh pro Jahr. Das Preisniveau ist ebenfalls zwischengenau hier, um sicherzustellen, dass es sich lohnt, die Version zu einem Leistungseffektivitätskurs A oder B-Gardgit von über zwei Austrocknungszyklen wöchentlich zu wählen. Und die Nummer 1 unserer Liste Das Werkzeug von Siemens war der beste Wärmepumpenkleidertrockner und damit auch der Prüfungsmeister. Es arbeitet mit dem Leistungseffektivitätskurs A++ zusammen, der für den X700 einen normalen Stromverbrauch von 233 kWh pro Jahr darstellt. Wenn Sie auf der Suche nach einem Wäschetrockner sind, um eine Menge Waschen, für die Familienmitglieder, die X700 Wärmepumpenkleidertrockner kann 8 kg waschen, die normalerweise genug für eine große Menge an Waschen ist. Die Handhabung des 63,6 bis 59,7 bis 84,2 cm großen Werkzeuges ist toll. Ebenso ist die Trommel ebenfalls aus Edelstahl gefertigt und verfügt zudem über ein einzigartiges Gerüst, das eine wesentlich längere Lebensdauer erhöht und ebenfalls die Wäsche abschirmt. Der Siemens Kleidertrockner hält 55 kg für einigermaßen friedlich und auch friedlich im Gegensatz zur Konkurrenz. Dies wird im Mengengrad von 64 dB angezeigt. Das Austrocknungsverfahren selbst schnellt und ist effektiv. Darüber hinaus ist das Guard-Kit mit einem selbstreinigenden Kondensator ausgestattet, der sicherstellt, dass der komplette Austrocknungsschlag ständig gewährleistet ist und Sie auch keinen Flamm mehr von Hand von einem Bildschirm entfernen müssen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.